Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Fallgeist zusammen mit Ligaboo. Hallo, wer sind das? Ja, wir stehen jetzt schon seit einigen Monaten in Kontakt und kamen jetzt auch endlich dazu, etwas aufzunehmen. Ich entschuldige mich für den leisen Spielsound. In den nächsten Aufnahmen ist das gefixt. Schaut bei Ligaboo vorbei. Er ist in der Beschreibung und rechts oben beim i verlinkt. I-Mail bewerten und viel Spaß mit einer seltsamen Runde Fallgeist. Alter, erstmal Ritterparcours. Hey, das ist eine coole erste Runde. Unsere erste Runde Fallgeist. Also seine erste Runde Fallgeist, nicht meine. Da ist er mit seinem geilen Skin. Ritterparcours, Season 2 Fallgeist. Let's go. Nein. Wow. Laudefights spammy lag, sorry, ich habe echt nicht den besten... Internetanschloss, hier. Alter, ich wurde richtig nach vorne katapultiert. Wie schwierig. Na, 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 na. Nein, 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 nein. Scheiße, oh, ich war so weit vorne. Nein. Oh, das ist ein Sonic The Hedgehog-Skin drin, den brauche ich. Na, 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 na. Ja, ich glaube ich bin jetzt schon draußen. Ich glaube ich auch. Scheiße. Das ist also deine erste Runde Fallgeist. Aber ich meine, ich glaube du bist weiter vorne als ich. Oder müssen觀en. Nee, wir sind gleich weit. immerhin nein dieses loch gefallen auch nein da muss man zwei davon schaffen wie nervig ja die teile sind eigentlich ganz cool ja doch ich schaff's ich schaff's durch leute ich bin absoluter skiller ich bin drin ich bin drin ich bin drin nein komm das schaffst du du kleines würstchen noch drei leute nahe und jetzt musst du ins binders binders ich schau rein oh mein gott wie geil oh wie cool ey nice du wirst sofort weiter perfekt ich hoffe soundtechnisch klappt alles es ist halt schwierig jetzt meine audio die audio des spiels und seine audio hier zu managen und da hängen einfach bei mir zwei leute fest das sind sich einfach nicht oder gefallen mal sehen was jetzt kommt und ich war heute einmal im finale beim sprungprobe hier und da war ich und den letzten vier keiner ist ausgeschieden und irgendwann hat man controller einfach nicht mehr reagiert das war schön und leute benutzt bei playstation controller ich habe mir nix post controller bestellt aber der kommt erst am 12 november und deswegen muss ich jetzt erst mal mit diesem leiten erst mal direkt runtergefallen von als die wippen ist auch kein gutes spiel wenn ich ehrlich bin ich hasse das eigentlich ich muss mir dieses kind kaufen junge das ist so geil gehe ich habe den ersten checkpoint ich hoffe ich darf die musik einfach so benutzen wenn ich bin ich ein bisschen gearscht jeder andere tut es auch folge ist das sind nur vier leute die daran entwickeln die menschen oder der macht ihr im splatoon die musik feiere ich auch mega aber ich glaube nicht dass nintendo so ehrenhaft ist und einem das einfach so erlaubt ich glaube er ist so groß ich glaube einfach ich glaube ich komme durch ich bin beim letzten ja ich komme durch ich schaue dann gleich zu es ist seine erste runde leute seid nett zu ihm und schaut auch mal bei ihm vorbei ja schon 10 drin ist ich bin auch drin ich war mir zwölfter ja nein du könntest es schaffen wenn jetzt noch ein paar runterfallen als ob jetzt bist du letzter so wieder so knapp egal ist das denn das ist ja richtig cool also 29 übrig hey du bist in den top 50 wann sturmier ich habe das spiel ist aber lauter neue spiele sind nur vier drin insgesamt und einer davon ist einfach eine neue version von eiergerangel also nicht so nah ist für eine neue season aber wie gesagt der arbeit nur vier leute dran also kann man das glaube ich verzeihen ja da muss man jetzt einfach schieben oder schieben und halt einfach drüber und du musst dich halt viel festhalten mit den schultertasten wie kann man hochziehen wie kann man sich hochziehen mit der schultertaste aber mit welcher links mit rechts einfach so halten stand doch so weit ja wieso kletter ich hier drauf das bringt überhaupt nichts leute bitte seid gnädig ich will auch hoch ich würde auch nur spaß haben danke fürs schieben ja ich nicht von euch ich muss noch ein zweiter leute bitte schiebt mich nicht ohne da geht es auch hoch und ist niemand du bist du bist drei zentimeter weiter als ich herzlichen glückwunsch und du bist drin ich glaube nicht dass ich rein schaffe ich bin die fette kleine ananas nicht reinkommen ich komme nicht rein wer schiebt denn das hier weg das kann ich wie du aussiehst ich bin ananas auf ihr säcke roter typ ich schieb dich ja ich schaffe es nicht rein so du kleiner wolf dann schauen wir mal zu ich bin der einzige wolf ja der eine ist gerade raus geflogen wenn man zu jetzt ist es wahrscheinlich dass man rausfliegt also es kann sein dass ich jetzt raus fliege noch ein neuer modus alle neuen movie naja einer film oder ist neuergerangel hast du gibt vier stück aber das neue eingerangel das ist besser als das alte aber hier muss ich nicht die reifen springen ja finde ich ganz cool ehrlich gesagt was ist ein team modus das ist kein team muss sich sechs reifen springen um zu haben du musst einfach schnell machen ich gezielt ich habe dich gerade gesehen aber da bist du einfach schnell durchhechten war der kann den siehst du das ist eine ganz coole ja da kommst du nicht durch macht sich an und nicht lange auf einen ring fokussieren da ist einer da springen durch nein ja du musst es rein schaffen sonst wird das doch ein schlechtes video keiner klickt das sowieso ach bei 100 abonnenten das kommt schon hin apropos ich habe 100 abonnenten vielen dank lode das special kommt vermutlich in vier monaten gar nicht es kann auch sein es ist noch keiner qualifizieren du hast noch chancen da ist ein goldner wer auch immer da jetzt durch ist ja das war da glaube ich ja komm ich habe noch gar keine ich bin so überfordert gerade dafür kannst du dir diese würfel zurecht schieben ok ja schon einfach ziehen einfach hochziehen 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 dann kommt ich spring durch echt euch da ist einer ich kann die ganze zeit um ja das ring oh mein gott mein erster reifen alter nein nein du gehst du dir jetzt nicht eine falsche richtung ich wollte noch wegschieben okay es kann dass ich noch drei leute qualifizieren entnissen goldner sie ist ja würdest du dich diesen golden springen der soll in sind qualifiziert für punkte da ist er einfach ich glaube das bringt fünf jungen ist sogar wenn du da durchkommen würde es nein okay keiner kommt zum final ist alle rollfällen direkt runtergefallen ich dachte über eine wand nein wie einfach schon neun leute ausgeschieden sind ja ich war auch am anfang fast runtergefahren 14 leute ok rollfeld ganz am anfang ist jetzt natürlich auch eine neue erfahrung warum ist jeder so schlecht warum lag das so ist schon schon 17 raus ich will nicht in der ersten runde rausfliegen ja warum auch immer der modus ist eigentlich ganz cool alle hassen irgendwie ich habe nichts gegen den baller scheiße leicht ist aber jeder hat seine eigene meinung ich habe irgendwie angst gleich runter zu fallen weil mich rein aber egal ich bin auf traube ich kann einfach stehen bleiben aber ich komme zu dir hallo okay ab hier kann man einfach stellen und dahin rennen wo alle anderen hin rennen orange kirche ich weiß gar nicht wo es ist wie beim baller aus falls sie gegangen okay es kommt ja ich habe ich habe das gar nicht gesehen hier hin hier sind vier sachen ich bin gerade bei den slimes special modus lorde ich habe es eigentlich auf einen kleinen kraxler modus gehofft aber okay okay ich habe mich gar nichts gemerkt es sind drei leute ausgeschrieben dieser modus lohnt sich so kann ich das immer einfach nur ein bisschen zeitverschwendung nochmal egaler titel wir bekommen den selben modus zweimal hintereinander zweimal perfekte spa hintereinander keine ahnung weil es jetzt schon so viele ausgeschieden sind dachten sie sich okay noch mal ja der modus hat noch die zentralbank zu sein ein bisschen ich habe so angst hier raus zu fliegen so hier ist orange da über mir ist eine banane ich merke mir von die branche banane melode orange banane melode orange banane und genau das was ich nicht gemerkt habe das sind drache und der schwebt der drache schwebt oh gott lol der schwebt halt echt kommt drache kommt mit mir aber warum steht das so komisch also er schwebt nicht levitatet irgendwie so komisch er haubert und er bewegt sich noch ganz normal und ich habe nichts gemerkt schon wieder traube hier bei mir du 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 wie jeder hinkommt boah ey sterbt also jetzt will ich noch ausbrengen noch mehr nur ich komme es jetzt noch mal das wärs doch wie viele sind jetzt ausgeschieden gerade waren noch 36 und junge nach drei runden haben immer noch 32 leute was ist denn das jeweils haben wir das gleiche kommt als zwei mal selber ja das ist doch jetzt einfach zehn mal dieser modus da würden man viel erfahrung kriegen was ein drittes zwei modi mit schleim oder wat scheiße mein controller ein controller ist aus scheiße nein 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 Alter, er wollte mich runterkicken, was ist er für einer? Ja, ist mir angeschlossen! Oh Gott, Hilfe! Was war denn das gerade? Heilige Scheiße! Okay, ich brauche dringend diesen Xbox-Controller. Okay, 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 wohin? Ist hier richtig? Ich glaube hier. Jetzt sterben die so alle. Ach du Scheiße, Junge, das war gerade richtig knapp. Fünf Sekunden noch übrig. Jetzt was soll ich in den Titel packen? Irgendwie so dreimal hintereinander dasselbe. Oder Controller fällt mitten in der Runde aus. Es ist beides clickbaity und geil. Ich bin da. Alter, nee. Das war's! Ja, mal sehen, ob es das nochmal kommt. Wie viel ist denn jetzt ausgeschieden? Keine Ahnung. Also gerade hatten wir noch 32, glaube ich. Und jetzt berühren wir... Ja. Drei, Leute, wow! Die sind auch direkt gelieft. Ja, eben. Wenn das jetzt nochmal kommt, ne? Ja, komm. Komm, bitte. Oh, schade. Ey, endlich mal ein anderer Spielmodus. Dreimal hintereinander! Derselbe Modus! Wie ist das passiert? Oh, hi! Aber Block-Party mit so vielen Leuten ist echt ein Krampf. Ja. Das ist leider echt blöd. Die schieben dich im Finale so rum, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Oder machen das? Sorry, Leute, das ist so leck. Das tut mir so leid. Das ist nicht meine Schuld. Das ist Scheiße. Internet. Oh, Gott. Bist du noch drin? Okay. Ich dachte schon, du bist einer der zwei Leute, die ausgeschieden sind. Nein, noch nicht. Junge, wie lange sind wir jetzt schon in dieser Runde? Wie lange wird diese Aufnahme? Und wie viele verschiedene Titelmöglichkeiten habe ich denn, bitteschön? So, eine erste Runde vorgeist. Gewinnt er? Nein. Mein Controller fällt mittendrin aus. Dreimal hintereinander dasselbe Spielmodus! Lad einfach einfach gleich ein Video hoch mit drei unterschiedlichen Titeln. Boah, das sind nochmal ordentlich Leute rausgefallen. Aber ja, ja, einfach dreimal dasselbe Video. Das geht natürlich auch, ne? Ist auch eine Option. Was zur Hölle ist hier los? Ey, nee. Zweimal, dreimal der gleiche Spielmodus? Was ist das für ne Runde? Wir hatten jetzt drei verschiedene Spielmodus. What the fuck? Ist das einfach so geplant oder ist das jetzt einfach ein... Ich glaube nicht, dass das geplant ist. Ich habe das Gefühl, die haben einfach nur drei Modi. Und weil keiner ausschaltet, müssen sie mehrmals denselben benutzen. Ja, vielleicht. Verbindungsabbruch. Oh, scheiße. Nein. Nein, nicht. Und so noch egal. Auf jeden Fall die Aufnahme. Warte, was kommt jetzt als nächstes? Nächstes. Nochmal. Nochmal Blockparty. Nochmal Blockparty. Nochmal Blockparty. Endsoft? Ja, nein. Das Spiel startet jetzt neu, um es herunterzuladen. Vielen Dank, Fallgeist, dass ihr so tolle Momente immer unterbrecht. Also Leute, wir sehen uns in der hoffentlich nächsten Fallgeist-Runde wieder. Das war es leider ein bisschen blöd, diese Aufnahme. Aber weil so viele funny Sachen passiert sind Genau wegen diesen funny Sachen Lade ich jetzt einfach mal hoch Also sei denn die Quali-Scheiße Dann wahrscheinlich nicht Aber ja, ich aktualisiere dann jetzt mal das Spiel Vielen Dank Tschüss Leute Und schaut bei ihm vorbei Link in der Beschreibung und in der Infokarte